An den Börsen gibt es Grund zur Freude und zwar nicht erst seit gestern oder seit vorgestern, sondern schon seit einigen Wochen, ja teilweise schon seit Monaten. Wer hier den Blick auf die Woche Woche für Woche auch verfolgt, der weiß auch, dass wir jetzt zuletzt wirklich sehr stark long orientiert sind. Mario hat es letzte Woche gesagt, er hat verstärkt Long Positionen, Long Trades aufgebaut und auch in dieser Woche sieht es an und für sich gut aus. Und nichtsdestotrotz verfolgen uns gerade auch in den Nachrichten natürlich weiterhin die Lage in der Ukraine. Es verfolgen uns weiterhin kritische Nachrichten bezüglich China und Taiwan, wo der Konflikt auch einfach nicht abebben möchte, sondern im Gegenteil, wo möglicherweise neue Gefahren am Horizont auftauchen könnten. Auch die Inflation merkt der ein oder andere von uns, ich denke auch der ein oder andere mehr, sicherlich immer noch an den Supermarktkassen, auch an der Tankstelle. Mag sein, dass die Lage sich hier ein bisschen entspannt hat und trotzdem ist die Inflation nach wie vor da und sorgt eben auch dafür, dass wir höhere Ausgaben im täglichen Leben haben. Die Rezession soll vorüber sein, aber so richtig fühlt sich das auch noch nicht danach an und deshalb werfen wir heute einen Blick da drauf. Wie weit sind denn eigentlich die Rekordmarken von vor anderthalb, zwei Jahren noch entfernt? Sind wir also schon wieder auf Rekordfahrt oder gilt es zu befürchten, dass wir demnächst wieder den Weg nach unten finden? Dies und noch einiges mehr im heutigen Blick auf die Woche. Eingangs habe ich jetzt sehr viele Fragen aufgeworfen und ich denke, man muss hier ein bisschen separieren. Man möchte ja gar nicht den Teufel an die Wand malen mit diesen ganzen Konflikten, die es in der Welt gibt, mit der Inflation, der drohenden Rezession. Aber nichtsdestotrotz sind das sicher Fragen, die den einen oder anderen hier beschäftigen. Wie verändert das vielleicht auch mein Leben jenseits der Börse? Und das Zweite ist natürlich, was passiert denn mit den Börsen? Momentan sehen wir eben einen wirklich starken Markt und trotzdem haben wir diese schwelenden Konflikte und möglicherweise eine Zuspitzung im Taiwan-Konflikt oder auch in der Ukraine kann natürlich schnell dafür sorgen, dass die Märkte auch wieder nach unten abtauchen. Nichtsdestotrotz sieht es momentan eher nach Frühlingserwachen aus. In den letzten Wochen, ja gar Monaten schon, sind die Aktienmärkte doch deutlich stärker. Gerade auch der deutsche Markt jetzt auch in den letzten Wochen der Nasdaq 100 und auch der S&P 500 jetzt wieder erstarkt. Und schauen wir uns doch jetzt einfach mal an, wie sieht es aus, wie weit sind wir von Rekordmarken am Aktienmarkt entfernt und ja, wie sieht es auch auf der Unterseite aus. Wie üblich fangen wir jetzt bitte einfach mit dem S&P 500 an und hier sehen wir tatsächlich in grün den übergeordneten markttechnischen Aufwärtstrend, ja, der zuletzt tatsächlich in den vergangenen Monaten öfter um die 200-Tage-Linie geschwankt ist. Es war jetzt selten so, dass wir für mehrere Monate über der 200-Tage-Linie waren. Maximal einige Wochen hier, wie in diesem Bereich, bevor wir dann doch wieder Schwäche hinnehmen mussten und unter die 200-Tage-Linie abgetaucht sind. Aus genau diesem Grund waren wir bis vor einigen Wochen ja auch tatsächlich noch marktneutraler aufgestellt. Vor einigen Monaten waren wir sogar hauptsächlich auf der Short-Seite unterwegs und jetzt hat sich das Bild aber verändert. Und es ist diesmal ganz interessant, denn S&P 500, den wir uns hier anschauen, den Nasdaq 100, aber eben auch den deutschen Markt mit dem DAX, wie unterschiedlich die Entwicklung da ist. Jetzt sind wir aber tatsächlich so weit, dass alle drei Indizes, sowohl im Sechs-Phasen-Modell, was wir in unserer Trader-Ausbildung immer wieder zeigen, lehren und auch anwenden, als auch der markttechnische Trend sind in all den Indizes in Ordnung. Sie zeigen also grünes Licht und trotzdem gibt es minimale Unterschiede. Und ich glaube, der größte Unterschied momentan, den sehen wir tatsächlich im S&P 500. Ich habe eben ja dieses Bild beschrieben, dass der S&P 500 es durchaus schwer hatte, jetzt die 200-Tage-Linie mal signifikanter zu überwinden. Es kam eben immer wieder dazu, dass der Markt Schwäche gezeigt hat, wieder unter die 200-Tage-Linie abgetaucht ist, einen Trendbruch gedroht hat, also dass der Aufwärtstrend, den wir hier jetzt in grün sehen, dass der wirklich am Kippen war. Und jetzt zuletzt aber auch hier durchaus Stärke zu sehen. Seit diesem Tiefpunkt hier hat der Markt ja hier in der Spitze tatsächlich 8, 9% zulegen können, ist jetzt auch wieder ein bisschen stärker über der 200-Tage-Linie. Und ja, was wir zuletzt eben auch als besondere Stärke speziell in diesem Index herausgestellt haben, ist eben, dass dieser Korrekturtrend, den ich jetzt für euch nochmal eingezeichnet habe, dass der eben mit Überbieten dieses Zwischenhochpunktes vom 6. März überwunden werden konnte. Und zwar hier mit dem Ausbruch am 31. März. Und ja, dass wir jetzt tatsächlich hier wieder auf dem Weg nach oben sind, und zwar an diesen alten Hochpunkt. So, kleiner Augenblick. So, hier. An diesen Hochpunkt vom 2.2. diesen Jahres bei 4.195 Zähler. Und ich glaube, das ist auch so dieser Unterschied im S&P 500 zum Nasdaq 100 oder auch zum DAX, was wir uns gleich noch anschauen. Denn das, was ich jetzt gesagt habe, ist eigentlich schon der Knackpunkt vielleicht für diesen Index. Nämlich, wir sind noch nicht wieder auf Jahreshochsniveau. Denn es fehlt immer noch ein wenig auf dem Weg zu diesem Hochpunkt vom 2.2. Also knapp 2-3% braucht es noch, damit wir eben eine Trendfortsetzung dieses übergeordneten Aufwärtstrends sehen. Sobald wir diese Überwindung des Hochpunktes hier vom 2.2. geschafft haben, ist der Trend tatsächlich wieder aufgenommen. Was heißt aufgenommen? Also ist nie unterbrochen. Aber dann ist das eine Trendbestätigung, denn wir haben dann einen neuen, höheren Hochpunkt in unserer Darstellung. Momentan ist es so, dass wir hier jetzt auch einen kleineren Trend nach oben schon vorfinden, wo wir jetzt zuletzt hier auch wieder einige Tage Korrektur gesehen haben. Also muss ganz klar sagen, wenn wir jetzt in dieser Woche nach Ostern diese Hochpunkte hier rausnehmen können, also über 4.133 Zähler ansteigen können, dann sieht alles ganz gut aus. Ich denke mal, dass der S&P 500 dann tatsächlich auch hier diesen Hochpunkt vom 2.2. anlaufen möchte und auch darüber hinaus weitere Zugewinne dann eben, ja, wahrscheinlicher werden einfach. Auf der Unterseite muss man ganz klar sagen, Rücksetzer sind natürlich jederzeit möglich. Hier sehen wir momentan die 200-Tage-Linie bei, ja, um die 4.000-Punkte-Marke sehen wir eine Unterstützung. Wenn wir also schwächere Tage sehen sollten, dann wäre es schon nicht verkehrt, wenn wir eine Reaktion spätestens an dieser 200-Tage-Linie sehen werden. Aber selbst darunter ist natürlich noch nicht alles verloren. Nichtsdestotrotz, das Bild hier im S&P 500 sicherlich durchaus zäh. Es ist stabil und stark auch nach oben, aber eben ein Jahreshoch lässt momentan noch weiter auf sich warten. Ich spreche die ganze Zeit vom Jahreshoch. Wenn wir weiter rausschauen, ja, dann sehen wir tatsächlich, dass hier Anfang 2022 das Allzeithoch im S&P 500 markiert wurde. Das heißt, seitdem ist gut auf der Unterseite Aktivität gewesen. Wir sind jetzt auch wieder von diesem Tiefpunkt im Oktober durchaus gut angestiegen, nämlich um 17 Prozent, im Hoch um die 20 Prozent. Und nichtsdestotrotz, wenn wir mal vom aktuellen Kurs in etwa ausgehen, hoppala, so, das war das falsche Werkzeug. Das einmal weg. So, wenn wir einmal messen, bis zu diesem, ja, ich sag mal Allzeithoch, da muss der S&P 500 nochmal um mindestens 17 Prozent ansteigen. Da ist also noch gut Holz bis nach oben. Nichtsdestotrotz, der S&P 500 gibt wieder grünes Licht. Wir denken einfach momentan, dass es vielleicht, ja, den einen oder anderen Index und damit die eine oder andere Aktie auch gibt, die interessanter ist, als eben rein auf den S&P 500 zu schauen. Und deshalb gehen wir jetzt weiter nach dieser, doch, ja, ausführlichen Interpretation des S&P 500 auf den Nasdaq-Index, denn der Nasdaq-Index sah ja lange Zeit wirklich sehr, sehr schwach aus. Auch hier mal kurz rausgesumt im Vergleich zum S&P 500. Diese gesamte Strecke nach unten wesentlich schwächer, wesentlich schwächer. Und jetzt die Bewegung, die wir zuletzt gesehen haben, aber auch wesentlich stärker. Wir sehen nicht so diesen 10-Kampf um die 200-Tage-Linie wie im S&P 500, sondern wir haben tatsächlich diese 200-Tage-Linie zuletzt signifikanter überbieten können. Und nicht nur das, wir haben tatsächlich auch diesen ehemaligen Jahreshochpunkt schon vor einiger Zeit rausnehmen können. Auch hier Anfang Februar ein Hochpunkt markiert worden. Den hat der Nasdaq 100 schon längst rausgenommen. Und deshalb aus unserer Sicht eben auch hier mehr Stärke vorhanden als im S&P 500. Wir haben hier zuletzt eine kleine Korrektur gesehen. Jetzt kam der Anstieg und in der vergangenen Woche tatsächlich jetzt auch wieder eine Korrektur, eine mehrtägige Korrektur. Was hier jetzt möglich ist, man sieht hier, die Korrektur läuft zurück an diese alten Hochpunkte im Bereich 12.900 Punkte und konnte hier eine Stabilisierung einsetzen. Schön wäre es jetzt tatsächlich, wenn wir einen Ausbruch darüber bekommen, also über diesen Zwischenhochpunkt vom 4.4. bei 13.204 Zählern. Das wäre sicherlich ein starkes Signal, ein erneut starkes Signal im Nasdaq 100. Die leichte Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich auf der Seite der Bullen. Und trotzdem kann es natürlich passieren, dass der Markt jetzt auch Schwäche zeigt. Und dann wird es interessant eben an diesem bestätigten Zwischen-Tiefpunkt 12.600, pardon, 12.500 Zähler etwa, das Tief hier bei 12.518 Zählern. Sobald der Markt darunter abtaucht, steht sicherlich die 200-Tage-Linie hier bei 12.200 und circa 80 Punkten. Auch nochmal als Unterstützung parat, aber viel tiefer sollte es dann hier sicherlich nicht gehen. Denn klar, wenn wir stärkere Abverkäufe sehen, dann verdüstert sich das Bild zum ersten Mal unter diesem Zwischen-Tief, zum zweiten Mal dann sicherlich unterhalb der 200-Tage-Linie. Bis hierhin hat der Nasdaq 100 aber auch ein wenig Puffer, nämlich knapp 6%. Und momentan zeigt einfach alle Signale, zeigen uns den Weg nach oben. Und deshalb halten wir es auch in dieser Woche weiter mit Long Trading. Short Trading für uns momentan wirklich komplett passé. In der vergangenen Woche hatten wir im Screening-Dienst zum Beispiel noch einen Titel auf der Watchlist für Short. Wir haben aber da schon gesagt, Neueinstiege in Shorts machen wir auf gar keinen Fall mehr. Das war mehr dafür gedacht, wenn diese Aufwärtsbewegung, diese starke, dann doch nochmal nach unten wegbricht, dass man dann eben noch einen Short-Titel hat. Aber den haben wir in dieser Woche eben auch von der Watchlist genommen, sodass wir jetzt momentan vollständig nur auf der Long-Seite aktiv sein möchten. Ausnahme immer das News Trading. Das bitte immer ausknammern. Aber in dem normalen Trading, was wir hier betreiben, was wir hier auch so ein bisschen beschreiben, im Blick auf die Woche, möchten wir momentan ausschließlich auf der Long-Seite aktiv sein. Abschließend jetzt der DAX. Der DAX tatsächlich in den vergangenen Monaten sehr, sehr lange Zeit für uns der beste, der stärkste Index. Und dann kam es eben hier doch zu einem stärkeren Knick zurück an die 200-Tage-Linie und zurück an, ja, ich sag mal, dieses Unterstützungs-Level hier, 14.600, 14.700 Zähler, bevor wir auch hier wieder die Bewegung nach oben gesehen haben und eben auch eine Trendfortsetzung erreichen konnten. Lange Zeit konnte eben auch dieser Hochpunkt vom 9. Februar diesen Jahres bei 15.705 Punkten nicht überboten werden. Und jetzt ist das hier tatsächlich geschehen. Wir haben hier tatsächlich einen Ausbruch darüber bekommen. Momentan noch eher minimal marginal dieser Ausbruch nach oben und trotzdem ist der Aufwärtstrend dadurch, ja, fortgesetzt worden. Und auch der Start hier jetzt nach Ostern sieht erstmal ganz gut auf und, ja, lässt uns wirklich hoffen, dass wir direkt noch weiter nach oben ziehen können, nachdem wir auch hier jetzt momentan zwei Tage Verschnaufpause gesehen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir neue Jahreshöchststände im DAX sehen können, die ist hier definitiv gesehen, unserer Meinung nach auch wahrscheinlicher als die Unterseite. Nichtsdestotrotz kann es natürlich auch sein, dass der DAX eine Bewegung nach unten macht, hier noch länger verschnaufen möchte. Und da kann man auch gar nicht so genau sagen, bis wohin. Fakt ist einfach, wir sollten nicht zu stark fallen. Zu stark würde bedeuten, dass wir jetzt, ich sag mal, innerhalb von wenigen Tagen wirklich Richtung 200-Tage-Linie, Richtung dieses Unterstützungsbereichs zurücklaufen. Sehen wir jetzt nicht als das wahrscheinlichste Szenario an. Nichtsdestotrotz im Hinterkopf behalten. Wenn es denn dann mal nach unten rappelt, sollte man diese Unterstützungsbereiche hier, bestehend aus 200-Tage-Linie und 14.600, 14.700 Unterstützungzone, als Marken im Kopf haben. Solange wir diese Abverkäufe nicht sehen, sieht es eher danach aus, dass wir weitere Zugewinne erwarten können. Und jetzt möchte ich im DAX auch nochmal schauen, denn im Nasdaq und auch im S&P 500 ist das Allzeithoch noch tatsächlich sehr weit entfernt. Und im DAX sieht es so aus, als wenn das gar nicht mehr so weit weg ist. Denn wir haben hier irgendwann im November 2021 und auch hier nochmal Anfang 2022 Hochpunkte gesehen. Das sind historische Bestmarken im DAX. Und hier sieht es so aus, als wenn wir gar nicht mehr so weit nach oben laufen müssen. Denn nur noch 3, 4 Prozent, bis wir im DAX wirklich neue historische Bestmarken verzeichnen können, das ist wirklich ein Weg, der nicht mehr so weit ist. Wir sollten uns also nicht überrascht zeigen, wenn wir wirklich möglicherweise auch in dieser Woche, wenn die Märkte doch nochmal einen starken Impuls nach oben kriegen, neue Allzeithochs markieren können, ein neues Allzeithoch platzieren können. Muss diese Woche natürlich nicht kommen, aber das zeigt ganz klar, der DAX ist nicht mehr ganz so weit von seinen Bestmarken entfernt, wie es zum Beispiel der amerikanische Aktienmarkt ist. Long Trading können wir tatsächlich in allen 3 von uns beobachten, Indizes. Man kann tatsächlich in jedem dieser Indizes reingehen, in die Einzelaktien und schauen, was sind hier die stärksten, die wirklich stärksten Aktien im Trendverhalten, im 6-Phasen-Modell. Und die kommen dann auch auf unsere Watchlist, denn diese Titel möchten wir dann auch traden. Da können wir also aus dem Vollen schöpfen. Wenn ihr mich fragt, ich würde tatsächlich bevorzugt die stärksten Titel aus dem DAX auf meine Longwatchliste tun und dann noch aus dem NASDAQ 100. Beim S&P 500 würde ich persönlich vielleicht noch warten, bis wir ein neues Jahreshoch sehen. Dann kann man hier sicherlich auch aus den Vollen schöpfen. Nichtsdestotrotz, das ist nur meine abschließende Meinung dazu. Man kann definitiv auch schon wirklich starke Titel im S&P 500 finden und selbstverständlich auch traden mit dem Trendansatz, den wir verfolgen. Ich wünsche euch eine super Tradingwoche und wir hören uns wieder in der nächsten Woche, beim nächsten Blick auf die Woche und ich bin sehr gespannt, was wir dann zu berichten haben. Macht's gut, viel Erfolg, tschüss!